Ja, da läuft es. Krank. Mit Aux an der Soundkarte dann? Ich denke mal, ja. Ich meine, die Soundkarte hat ein höheres Frequenzverhalten, ne? Also, kann höhere Frequenzen und sowas ausspielen. Ich denke, es müsste schon funktionieren dann, ja. Ah, ja, Mann! Ah, ja, Mann! Wieso genau habe ich jetzt eigentlich keinen verfickten Dings dabei? Ah, ja, Mann! Ah, ja, Mann! Ah, Mann! Oh! Hört sagen, Alter. Hier war es einer. Ah, ja, Mann! Ah, ja, Mann! Ah, Mann! Ah! Hier! Hier! Das war's für heute. Fuck! Ich hab extra nochmal nachgeladen, damit er das vollste Magazin reinlädt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße, 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 scheiße. Boah, jetzt hab ich nur so einen kleinen Rick, Alter. Hat der, hat der einer von denen einen größeren Rick? Ah, der eine hatte vorne einen MK, zwei Rick gehabt, wa? Der eine hatte einen MK. Ja, der hat den Attack geklaut, der Arsch, Alter. Der hat den geklaut. Der Orsch hat den geklaut, ja. So. Ja, das geht so auch erstmal. Man, fuck, Alter, dass da nur noch fünf Schuss drin waren. Weiter schnell ausladen, dann haben wir da wieder Platz ein bisschen. Ah, ja, Mann. Boah. So, dann schauen wir mal dahinter jetzt. Wann waren das die zwei auch, die da hinten die Dingens draufkamen? Oder wer war das eigentlich? Da hinkt eine Vaseline. Oh, da hinkt noch ein Goins da. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir werden auf irgendwas verzichten. Eigentlich nicht, wa? Ich glaub, die ist kürzer als die, oder? Kann das sein? Dann haben wir so mal mit. Die Hunter weg. Die Hunter ist nice, Alter. Zieh den Helm auf. Das können wir auch noch machen, ja. Aber mein mal... Mein mal eben verstecken hier. Der Osprey ist halt gar nichts wert, glaub ich. Also so gut wie gar nichts. Lass mal schon rum. Du hast OPTP vergessen? Was ist denn OPTP? Redarm auch... Ne. Da lag ein... Da lag ein... Auf Talmos, Kopf? Was? Im 110er lag ein Aufthalmo? Ah, okay. Da muss ich gleich mal schauen. So, wo lag jetzt hier das Aufthalmo? Ach, das... Ne. Hä, was lautet? Ach, da, da. Uh ja, das hätt ich ja beinahe übersehen, du. Das hätt ich beinahe übersehen. Habt ihr recht, ja. Also mein Rucksack ist sicher im Stash. Ach, Quatsch. Das übertreibt man nicht. Das ist nicht was der Typ davor, also. Deswegen schleichen wir uns jetzt mal hier rum Richtung Ausgang. Was ist hier los? Geläuft? Ah, ganz chillig. Läuft eigentlich ganz chillig. Ich kann mir den Blick lang. Spaß gemacht soweit. Schöne Runde. Ah, ich kann doch mit der noch so ein 30er Magazin reinladen, oder? Hier, so ein 30er rein. Das ist hier wenigstens wieder voll, wenn ich was auf Long Range brauche. Ja, ohne die Lootgeier-Augen von meinen Zuschauern wäre ich aufgeschmissen, Alter. Da wäre ich aufgeschmissen. About half ist aber nicht so gut. About half ist aber nicht so gut. Gut, gut. Gibt es wieder neue Hype-Trendymodes? Kann das sein? Ja, tatsächlich. Ich habe einen Hype-Trendymode erhalten. Es gibt wieder neue Hype-Trendymodes. Ach, schau her. Hat sich Twitch mal wieder erbarmt und wieder neue hergestellt. Ich habe das wegschmeißen hier auf der Daumentaste. Ich habe das auf der Daumentaste, meinen Rucksack wegwerfen. Aber die Standardbelegung ist zweimal Z drücken. Ganz schnell, zweimal Z. ZZ. Ziemlich zügig, also. Big Babo. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag, ja. Ich grüße sie recht herzlich. Ja, das war noch ein schöner Raid, ey. Hat doch Spaß gemacht. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Dass der Arsch da über die Brücke entkommen ist, Mann. Das kotzt mich an. Das kotzt mich an, dass wir den da verloren haben, ey. Boah, 19.000 XP. Ach, scheiße. Wir haben den einen Hedge-Linger da... Ach, nicht die... Ja, das habe ich vergessen jetzt. Der vor 226. Vor lauter Loot, 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 Loot. Vor lauter Loot, 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 Loot. Habe ich den vergessen? Bis dann. Bis zum nächsten Mal.